Warum sind Bilder quadratisch, wenn die Linse rund ist? Ich habe einen neuen iPod. Da passen entweder 5000 Songs drauf oder eine Telefonnachricht von meiner Mama. Man soll kein Metall in einen Mikrowellenofen stellen. Ja, das stimmt. In meiner Küche fehlt jetzt eine Wand. Eigentlich bin ich immer sehr freundlich, wenn ich selbst Gespräche führe. Aber da habe ich mich wieder mal belogen. Ich bin oft echt unhöflich. Ich sage so ganz sachte, du Arschloch. Ich sage, was hast du gesagt? Ich bin für nichts. Ich habe einen Halbzwilling und einen zionesischen Stiefsohn. In der vierten Klasse hat mich meine Lehrerin gefragt, wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du denn gern sein? Ich sage, ein Vogel. Ah, weil du dann fliegen kannst? Nee, wegen der weißen Scheiße. Ich finde es nicht richtig, dass nur eine Firma das Brettspiel Monopoly herstellen darf. Ich war mal als Verkäufer in einer Zoohandlung angestellt. Und da bin ich leider gleich am ersten Tag rausgeflogen. Die hatten drei Schlangen. Und ich dachte, wie geil wäre das, die als Zopf zusammenzuknoten und als dreiköpfige Schlangen zu verkaufen. Mein Opa war ein ulkiger Typ. Als ich noch klein war, fragte er mich, wie alt bist du jetzt? Ich sage sieben. Als ich so alt war wie du, war ich schon acht. Dann hat er hysterisch gekichert und seinen Suppenlöffel aus dem Fenster geschmissen. Einmal frage ich, Opa, ich hatte einen seltsamen Traum, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du geschlafen hast, du Eumel. Dann hat er wieder gekichert und ganz laut in seine Windel gepforzt. Meine Oma hat geflüstert, hey, komm mal her. Ich sag, was meinst du denn damit, hey, komm mal her. Ja, du bist da drüben und ich bin hier, also komm doch mal her. Hier sind 10 Mark. Aber sag deiner Mama nichts davon. Na, das kostet aber mehr. Das Universum breitet sich aus. Das hilft bestimmt, endlich mehr Parkplätze zu schaffen. In meiner Freizeit verschwende ich gern Zeit. Mein Hund hat seine eigene Website. Nichts wie nackte Katzen. Was, wenn ich ein Tag früher geboren wäre? Wäre mein Leben dann anders verlaufen? Wahrscheinlich wäre alles genau gleich. Außer ich hätte mir diese bescheuerte Frage schon gestern gestellt. was, wenn ich da vorbegegeben werde. Ich habe ein